Geld? Geld? Hallo Lolo! Da sind wir wieder! Mit 100 Geldstücken! Das war ganz schön viel Arbeit! Geld? Uff! Ups! Nicht so schnell! Bitte sehr! Da sind wir! Viel Spaß beim Ausladen! Ich gehe so lange... ...mein Geld zählen! Ich hab's! Hey! Oh! Jo! Jo-Jo-Senario! Was meinst du, Sibel? Jo-Jo! Für Jo! Du hast recht! Weißt du was? Wir verkaufen dir das Jo-Jo zurück! Echt? Super! ... ... ...